Ich hab's keine Chance, so, lächerlich ohne Ende, lächerlich ohne Ende, haute Fresse. Ich hab's nicht beschissen, ey. Das ist überhaupt doch eigentlich okay. Ich weiß gar nicht, wer mich anschießen, ey. So bescheuert ist das, ey. Keine Sonne, keine Sonne, das ist so asozial. Das ist so verdammt asozial gemacht. Die sind doch voll. Geheimnis, was jetzt schon bei den Schatten schon erinnert? Verreichtes werde ich. Ich habe das noch nicht überladen. Ich habe das noch nicht überladen. Ich habe das vielleicht nicht überlaufen, ey. Ich habe das noch nicht überladen, was ich nicht überladen, was ich nicht überladen. Ich meine, was ich nicht überladen kann! Ich kann den Wann schreien, ich meine Wann. Was habe ich dir nicht angepuppst? Du weißt nicht woher. Geht da an mir und woher. Du siehst es nicht. Oh nein! Merriam! Merriam! Monter! Monter! Ja, wie verriebe ich dir? Das war's für heute. Jetzt! Ich war es doch nicht nur! Ich war es doch nicht nur! Ich weiß nicht, wer mich da einschießt. Ich weiß nicht, wer mich da ist. Ich weiß nicht, wer mich da ist. Derby im 2 2 3 1 2 2 3 4 4 Danke für Dachshund. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist doch also ein Zorn, das gibt es doch einfach nicht weg. Das ist doch ein Zorn, das ist doch ein Zorn, das ist doch ein Zorn. 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 Das ist doch ein Zorn, das ist doch ein Zorn. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Son of a bitch. One thing after another. Right there. What's going on? You're going to wake up with a hell of a lamp, but at least you'll be waking up, which is more than I can say for Ethan Wall. And speaking of Ethan, thanks for doing my job for the hero. The little apparatus of his is going to bring my new employers very happy. What do you mean? Left him. Alive, you mean? He's complicated things enough. There wasn't time. Consider it one final loose end that needs time. We don't like loose ends in this business, Elena. In our business, loose ends will get you killed. Now be quiet and let me conclude my business. Is it secure? It is safe, secure, and it is stored as well. Good. If it is war the Americans want, it is war they shall receive. And it is the mercenaries of the world who shall be to be war. Indeed they will.